Dann wurde bei Facebook eine Umfrage gestartet, wie würdest du deine Traumküche nennen? Ja, dann haben wir erstmal geschmunzelt, ob das alles so echt ist und haben uns für Genusstempelbecker entschieden. Ja, und tatsächlich, Schatzkochen, stand auf einmal unser Name da und dann habe ich mich gemeldet und in kürzester Zeit kam sofort eine Rückmeldung, sie haben gewonnen. Traumküche bedeutet für mich einfach der Platz, wo alles sich abspielt, was Familie betrifft. Sie sollte praktisch sein und vor allem auch offen, sehr clean und das erfüllt sie auch. Danke Höfner, freue mich einfach auf jede Aktion von euch und bin mega Fan, danke dafür! Vielen Dank!